Die Silhouette Curio kann verschiedene Materialien prägen. Der Score- und Emboss-Technik können besonders effektvolle Präge und Unterdruckreliefs angefertigt werden. In diesem Beispiel zeigen wir die Score- und D-Boss-Technik. Bitte beachten Sie, dass wir für diesen Effekt ausschließlich das Silhouette-Score- und Emboss-Papier benutzen. Bei anderen Materialien hängt der Effekt vom verwendeten Material ab. Verwenden Sie also für diesen Effekt am besten das Silhouette-Score- und Emboss-Papier. Öffnen Sie als erstes Silhouette-Studio. Um ein Motiv mit der Score- und Emboss-Technik zu verschönern, wählen Sie das Prägewerkzeug aus. Mit dem feinen Prägewerkzeug lassen sich klar umrissene Präge- und Unterdruckeffekte erzielen, während das breite Prägewerkzeug eher weiche Effekte ermöglicht. Stellen Sie Ihren Werkzeughalter auf die Position 1 und platzieren Sie diesen in den linken Werkzeughalter. Das Prägewerkzeug montieren Sie in den rechten Werkzeughalter. Vergewissern Sie sich, dass das in der Software gewählte Prägewerkzeug das gleiche, wie das in der Kurio montierte ist. Klicken Sie Ihr Motiv an und wählen Sie die Fülloptionen, um das gesamte Motiv mit Prägelinien zu versehen. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen fertig sind, klicken Sie das Motiv an und wählen Sie Anwenden von Score- und Emboss-Linien. Ihre Einstellungen können Sie weiter anpassen, indem Sie Schnitt-Einstellungen anwählen. Zum Schluss klicken Sie einfach auf An Silhouette senden. Ihr Motiv ist nun fertig und Sie können jetzt das Papier von der Prägematte abnehmen. Das Papier von der Prägematte abnehmen.